Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ich stelle dir heute vor, oder ich versuche es jedenfalls, dir heute vorzustellen How to be a Hero, das Rocket Beans Regelwerk von Hauke Gerdes in 15 Minuten. In diesen 15 Minuten versuche ich dir die komplette Charaktererstellung zu erklären, das Regelwerk, wie ungefähr der Kampf funktioniert, weiterführende Informationen aus Spielleitererfahrungen, die ich selbst gesammelt habe und noch einige Tipps und Tricks, ja, das kommt dann alles so am Ende. An dieser Stelle möchte ich dich darauf hinweisen, dass auf meinem Kanal für Einsteigerspielleiter oder Einsteigerrollenspieler ganz, ganz viel Material, Tipps, Tricks, Tutorials, ganz viele Rollenspielsysteme, Interviews und so weiter warten und ich mache auch eine Reaction-Serie auf die Rocket Beans Tears. Die erste Staffel ist schon komplett erschienen, im Moment läuft die zweite Staffel und ich habe vor, alle Tears und alle Moriton Manners und alle Animal Squads und so weiter auf meinem Kanal zu bringen und da gebe ich dir Informationen, welche Fehler vielleicht Hauke gemacht hat, welche Schwachstellen es in Abenteuern gibt, welche Fehler die Spieler gemacht haben, was gut gelaufen ist, was man vermeiden kann, was man forcieren sollte und wir erleben zusammen mit ganz, ganz viel Spaß und einer Tasse Kaffee, was die Rocket Beans erleben in der Welt von Tears und in den anderen Welten und lernen dann anhand der Beans, wie sich Spielleiter und auch Spieler verbessern können und einfach auch aus sich rauskommen können. Und bevor das jetzt hier zu lange geht, gehen wir rüber an den Computer, ich fülle mit euch zusammen ein Charakterblatt aus und dann schauen wir weiter. Herzlich Willkommen hier zum Charakterbau von How to Be a Hero. Also, das ist der Charakterbogen, den könnt ihr runterladen auf der Seite von How to Be a Hero, aber ihr könnt es auch einfach nur auf ein Blatt Papier schreiben. Ihr braucht einfach nur drei Spalten, über den Spalten ein bisschen Platz für Handel, Wissen, Soziales und noch für ein paar zusätzliche Angaben, oben drüber Name und so weiter. Ja, also viel braucht ihr dafür nicht, denn deswegen heißt es ja auch Pen & Paper. Wir machen es der Einfachheit halber hier jetzt mit diesem digitalen Charakterblatt. Und ich habe mir jetzt schon ein paar Sachen eingetragen, wir wollen einen Söldner machen und dieser Söldner wird jetzt Fähigkeiten bekommen. So, ich erkläre euch kurz mal Handeln, Wissen und Soziales. Das sind alle Fertigkeiten oder Tätigkeiten oder Eigenschaften, die ein Charakter haben kann. Die sind hier runter absortiert. Handeln ist eher so aktiv, physisch, kämpfen gehört dazu, Bewegungsfertigkeiten gehören dazu, vielleicht auch Schlösser öffnen, sonstige Dinge. Das gehört unter Handeln. Unter Wissen, da habt ihr Sprachen, Zusammenhänge verstehen, mathematische, politische, sonstige Dinge. Das habt ihr alles unter Wissen, die Bildung gehört dazu und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch Soziales. Da ist alles drin, was die Interaktion mit anderen Menschen braucht, aber vielleicht auch mit Tieren, auch vielleicht Empathie, Lügen, Überzeugen, sonstige Dinge. So, und wir machen jetzt folgendes. Wir verteilen 400 Punkte für unseren Charakter. Hier in dem Charakterbogen besteht die Möglichkeit, dass man auch die Werte hier unten erhöhen kann. Das ist ein Selbstrechnen der Charakterbogen. Der könnt ihr dann verändern. Ach, diese blöde Taskleiste. Aber die habt ihr nicht gesehen, die habe ich abgedeckt. So, jetzt machen wir folgendes. Ne, die ist zu sehen. Jetzt machen wir folgendes. Wir verteilen jetzt Punkte. Und der Einfachheit halber machen wir 200 auf Handeln, 100 auf Wissen und 100 auf Soziales. 100 ist auch der Maximalwert. Ihr dürft nicht über 100 vergeben. Wenn ihr über 100 vergebt, dann ist es ein Fehler. Also 100 ist der Maximalwert. Und da gibt es auch beim Vergeben noch was zu beachten. Ach, eins habe ich fast noch vergessen. Jeder Charakter hat 100 Lebenspunkte. Fallen die Lebenspunkte des Charakters auf 10 oder unter 10. Dann ist er bewusstlos oder handlungsunfähig. Und ab 0 ist euer Charakter tot. Ja, das ist ganz wichtig. So, wir verteilen jetzt auf Schwertkampf und auf Athletik. Die habe ich schon mal eingetragen. Geweils. Nein, machen wir 3. Dann machen wir Schwertkampf, Athletik und Geländelauf. Das soll mein Zöldner können. So, jetzt unterteilen wir das ein bisschen, damit es klarer wird. So. Ich werde es jetzt einfach mal eintragen, damit das alles gut passt. Ich mache jetzt einfach 75 auf Schwertkampf. 75 auf Athletik. Wir sind bei 150. Und 50 auf Geländelauf. Jetzt ergeben sich hier Werte. Und das ist das System von How to be a Hero. Da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, aber es ist nicht sonderlich schwer. Das kriegt ihr hin. Die Gesamtsumme der Punkte, die ich vergeben habe, sind 200. Dieser Wert in der gesamten Gruppe Handeln, 200, wird durch 10 geteilt. Das ist mein Handelnwert von 10. Dieser Handelnwert von 10 nennt sich Begabungswert. Das bedeutet, wenn ich jetzt als Söldner zum Beispiel jonglieren möchte, und jonglieren ist eine Handelnfertigkeit, dann kann der Spieler da sagen, du darfst jonglieren versuchen. Und weil du körperlich fit bist und Bewegung gewohnt bist, darfst du das auf deinen Begabungswert machen. Und ich habe eine 20%ige Chance, das zu schaffen. So. Das ist die erste Spalte. Also das heißt, meine Grundchance auf alle Fähigkeiten, die unter Handeln fallen, sind 20%. Und ich bekomme, das ist der Vorteil, wenn ihr eine Fähigkeit lernt, also Schwertkampf habe ich gelernt, Athletik habe ich gelernt und so weiter, bekomme ich diese 20 Punkte auch nochmal obendrauf. Das bedeutet, mein Grundwert im Schwertkampf ist 75. Mein Grundwert, weil ich mich sehr gut bewegen kann, sehr gut fingerfertig bin, sehr gut ausweichen kann und so weiter, ist mein Grundwert im Handeln 20. Also habe ich einen Grundwert, einen Gesamtwert von 95. So. Und jetzt kommt noch das Letzte, was ihr beachten müsst. Hier, das ist dieser Begabungswert. Der ist 20. Und den teilt ihr nochmal durch 10. Und dann habt ihr hier zwei Punkte. Das sind Glückspunkte oder Begabungspunkte oder so, wie ihr es auch nennen möchtet. Und diese Punkte sind dafür da. Geistesblitzpunkte nennst du das System. Die sind dafür da, um in dieser Kategorie einen Wurf nochmal zu wiederholen oder euch Bonis abzuholen. Je nachdem, könnt ihr ein bisschen variabel einsetzen. Ist natürlich ganz klar geregelt, für was ihr die genau einsetzen könnt. Ich schaue gerade mal, damit ich euch nichts Falsches erzähle. So. Das habe ich nochmal frisch für euch nachgeschlagen. Also die Geistesblitzpunkte sind einfach nur dafür da, dass ihr eine verpatzte Probe nochmal wiederholen dürft, aber ihr dürft keinen kritischen Misserfolg wiederholen. Was habe ich jetzt hier schon mal gemacht? Ich habe jetzt hier nochmal etwas eingetragen, nämlich Etikette 100. Ich habe am Anfang gesagt, dass der Grundwert nicht überschritten werden darf. Also 100 ist das Maximum, was ihr an Fertigkeiten in diesen drei Kategorien vergeben könnt. Jetzt habe ich Etikette 100 vergeben. Etikette, also 100 durch 10 geteilt sind 10. Das heißt, ich habe einen Wissenswert von 10. Das bedeutet, ich hätte eine Gesamtsumme von 110. Wie gesagt, 110 darf nicht sein. Dementsprechend würde ich jetzt meinen Wert hier verändern, und zwar auf 90. So. Jetzt ist mein Begabungswert für Wissen auf 9 gesunken und ich habe jetzt eine Gesamtsumme von 99. Also, wie gesagt, 100 nicht überschreiten. So, jetzt habe ich noch 110 Punkte übrig. Die gebe ich jetzt auf Soziales, auf Einschüchtern und auf Lügen. Das sind 55 Punkte. Das sind 55 Punkte. Und dann ist mein Charakter schon mal soweit fertig. Das zusammenzufassen, wie gesagt, ich habe jetzt auf alles, was mit Wissen zu tun hat, eine Chance von 9%. Quasi, weil der Zielwert immer 100 ist. Also, ihr werft immer einen 100-seitigen Würfel und müsst immer dann die 9 oder niedriger erreichen. Sie ist bei mir auf 9. Mein Grundwert für soziale Talente sind 11% und für Handeln 20%. Falls der Spielleiter mir nicht noch einen Bonus oder einen Abzug gibt. Und für meine ganzen anderen Fertigkeiten seht ihr die Werte hier vor. So. Was gibt es noch zu sagen? Ähm, es ist nicht mehr viel. Okay. Kommen wir noch ganz kurz zum Kampf. Denn viel ist es nicht mehr. Ihr müsst noch eine Initiative bestimmen. Und die bestimme ich dadurch, dass ich einen W10 würfele. Also, wenn die Kampfsituation kommt, die Orks kommen angerannt. Und jetzt sagt der Spielleiter, bestimmt mal eure Initiative. Dann würfelt ihr einen W10 plus die Begabung im Handelnwert. Das wäre jetzt hier eine 20 plus einen W10. Das bedeutet einen 10-seitigen Würfel. Dann habe ich die Chance von 21 bis 30. In dem Radius kann ich schnell agieren. Der Ork hat jetzt meinetwegen eine Initiative von 15. Und das heißt, ich bin mit meiner Grundchance von 20 bin ich auf jeden Fall schon vorm Ork dran. Ich bin schneller dran, weil ich ein geübter Kämpfer bin. Oder der Ork war gerade nicht aufmerksam. Oder sonstige Dinge. Und dadurch entsteht dann ein Handlungsrang. Jeder Spieler würfelt das. Jedes Monster hat einen gewissen Wert schon vorgegeben, den ihr als Spielleiter vergeben habt. Und dann ist die Frage, wer ist an der Reihe? Und der Kampf funktioniert so, dass ihr einfach nur einen Wurf macht mit einem W100. Also mit einem 100-seitigen Würfel. Die werden in der Regel durch zwei 10-seitige Würfel abgebildet, bei dem der eine Wurf die 10er Stelle ist und bei dem anderen die 1er Stelle. Und dann kommen noch vielleicht Abzüge dazu, weil es gerade ein bisschen neblig ist. Ihr seht nicht gut. Oder es kommt ein Bonus dazu. Ihr habt eine gute Position, den Ork zu schlagen, weil ihr erhöht steht. Da gibt es noch einen Bonus oder einen Abzug dazu. Und dann würfelt ihr, ob ihr trefft. Beim Schwertkampf würde ich jetzt hier auf die 95 würfeln, ob ich treffe. Das heißt, ich muss 95 oder weniger würfeln, um zu treffen. Und dann kann einmal pro Kampf eine Figur eine Parade würfeln, also eine Verteidigung. Die Verteidigung kann sein Ausweichen oder das Schwert hochreißen und so weiter. Und das geht so, dass ihr einen Wurf auf Handeln macht und das ist wieder eure Grundchance. Das heißt, mein Söldner hier hat 20% Grundchance, eine Parade zu machen oder auszuweichen. Wenn ich ein Schild habe oder eine Parierwaffe, wie zum Beispiel so ein Parierwaffe, den man nur zum Abwehren von Klingen benutzt und so weiter, bekomme ich vielleicht auch noch einen Bonus hier drauf. Schreiben wir es uns ins Inventar. Schild in Klammern Alt Verteidigung plus 15 Das könnt ihr als Spielleiter einfach so festlegen. Wenn ihr merkt, das ist zu stark, dann bringt ihr einfach einen Org rein, der mit einer riesigen Axt das Schild wieder zerschlägt und dann binden die Spieler halt nur ein leichteres Schild. Okay, dann hätte ich mein Schild, dann würde ich jetzt, wenn der Org angerannt kommt und würde gegen mich schlagen, könnte ich versuchen, den Schlag auszuweichen. Mit 20 plus 15 sind wir bei 35% Chance, dass ich diesen Angriff pariere. Und das waren soweit auch die Regeln. Und zu meinen Tipps und Tricks, wie ihr das alles noch erweitern könnt, was ich beim Spielleiten damit gelernt habe und so weiter, kommen wir jetzt im nächsten Teil. Ja, das war die Charaktererstellung und auch so ein bisschen das ganze System von How to be a Hero. Ist relativ einfach, also das könnt ihr auf jeden Fall auch. Ihr könnt überall loslegen, ihr könnt euch auf dem Handy dann die Regeln dabei haben, weil die sind so leicht, die braucht ihr nicht so extrem. Ihr könnt auf dem Handy sogar eine Würfel-App dabei haben oder auf dem Tablet oder sonstige Dinge, also braucht ihr das auch noch nicht mal. In meiner Gruppe war das so, dass wir das mit der Würfel-App dann gelöst haben, weil wir einfach unterwegs waren und keine Würfel dabei hatten. Und ja, meine Tipps, die ich euch auf jeden Fall geben kann, ist, je nachdem, welches Setting ihr spielen könnt, dann schaut euch mal bei How to be a Hero auf der Seite unter Module das mal so ein bisschen an. Da gibt es noch ganz, ganz viele Anpassungen, um das System noch ein bisschen mehr realistisch zu machen, um es ein bisschen aufwendiger zu machen. Es gibt da Module für Fantasy, es gibt da Module für Sci-Fi und so weiter, wo es noch mal ein paar Zusatzregeln gibt, wo das ganze System noch mal so ein bisschen auf ein anderes Level gehoben wird und ihr als Spielleiter viel, viel mehr machen könnt. Was mir aufgefallen ist, es ist diese Handelswerte, also wenn ihr zum Beispiel sagen wollt, ein Charakter hat eine Fertigkeit nicht und möchte aber trotzdem darauf würfeln, dann könnt ihr ja den Wissen, Handel oder Soziales Wert dafür benutzen. Das führt aber dazu dann, dass ihr eine sehr, sehr geringe Chance habt. Also wenn ich zum Beispiel ja die Verteidigung oder die Parade ist sehr, sehr schlecht, die ist ja nur der Handelswert, jo, wenn ich ein Schild habe, dann verbessert die sich noch mal und so weiter, aber gut, okay. Da kann es sehr, sehr stark so sein, dass ihr sagt, jo, die Helden sind mir zu schwach, weil die halt nicht so viele Werte haben können und die sollen am Anfang schon stärker sein. Da könnt ihr halt sagen, okay, ihr gebt diesem Handeln, also diesen, diesen Grundwert, dieser Grundchance noch mal einen Bonus, ja, von 10 oder was auch immer, damit ihr gleich schon 30% Chance habt, dass die Spieler auch diese Dinge immer schaffen können. Kann ja sein, dass ihr das so machen wollt. Ja, ansonsten fehlen halt natürlich so Sachen wie Zauber und Technologie und solche Geschichten, das fehlt alles in der Basisversion, das kommt alles dann über die Module rein. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich quasi jedem Spieler einen Vorteil gegeben habe, also nicht ich, sondern ich mit den Spielern zusammen. Ein Spieler war eine Droide, die hat, also eine Spielerin war eine Droide, die hat eine Heilfähigkeit bekommen und eine Fähigkeit mit einem Raben, dass dieser dann, dass sie durch seine Augen sehen kann. Ein anderer Spieler konnte sich als Schurke ganz, ganz getarnt bewegen, fast unsichtbar und so weiter. Da habe ich jedem noch einen Bonus dazugegeben, so eine kleine Sonderfertigkeit, die sich jeder selbst aussuchen konnte. Und das war ganz schön und könnte ja auch so machen. Man muss nicht immer Vor- und Nachteile machen. gerade bei Einsteigern, da ist es mit Nachteilen auch immer ein bisschen schwierig, was soll man denn da machen und so weiter. Geht erstmal nur mit Vorteilen ran und die Nachteile kommen dann beim nächsten Spiel dazu oder beim nächsten Charakter, da machen wir jetzt auch einen Nachteil dazu, den ihr dann einbeziehen müsst. Also steigert euch immer Step by Step. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und ja, ich habe noch mehr Videos in 15 Minuten erklärt und die findet ihr auch unter dem Video verlinkt. Auch hier Rocket Beans und so, das findet ihr alles unter dem Video verlinkt. Bis zum nächsten Video wieder, macht's gut Leute und viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Video